Schöner geht's nicht. Das war der erste Gedanke unseres Reporter-Teams, das vor kurzem die neu renovierte Kirche in Rostorf bei Armhöhneburg besucht hat. Wunderschön, großartig, pittoresk, entzückend, so viele Adjektive und trotzdem so richtig treffend ist keines. Die Kirche stellen wir Ihnen jetzt vor, aber wir sagen gleich, fahren Sie besser mal hin, um wirklich diesen besonderen Eindruck live zu erleben. Es lohnt sich. Das wussten auch Pfarrer Markus Vogler und sein gesamtes Team, als sie die Renovierung der Wehrkirche beschlossen haben. 1615 wird die übrigens erstmals erwähnt und natürlich hat sie im Laufe der Jahre sehr oft ihr Äußeres und Inneres verändert. 2017 war es dann wieder soweit und vor allem notwendig, erinnert sich Pfarrer Vogler. Die Kirche war in den letzten 40 Jahren eben die Wände dunkel, das Gold abgeblasst, manche Figuren beschädigt. Wir haben den Bestand erhalten und letztendlich tatsächlich restauriert. Also der Mensch soll letztendlich in das himmlische Jerusalem hinein mit einbezogen werden. Das ist ja auch eine Architekturidee der Kirchenbauer, dass wir hier bildlich darstellen einen Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem. Und das ist jetzt sehr gut gelungen, wie ich finde. Man kommt tatsächlich in einen Kirchenraum und betritt eine andere Welt. Diese Beschreibung trifft es ziemlich gut. Die Farben sind einladend und warm. Ein ganz helles Rosé wechselt sich mit einem hellblau ab. Weiße Rahmen geben Kontrast. Es gibt viel Gold, viele Putten, viel Verspieltes. Wandert der Blick umher, so lässt sich überall Neues und Schönes entdecken. An einen Satz sehen ist überhaupt nicht zu denken. Planung und Durchführung waren natürlich zeitaufwendig und kräftezehrend. Aber es musste sein, sagt Eberhard Lauer, ehemals Verantwortlicher im Bauausschuss. Wenn man in der Kirchengeschichte nachschaut, die Kirche ungefähr 300 Jahre alt, da ist die Rede von ca. sieben großen Kirchenrenovierungen. Und das ist so ca. alle 40 Jahre eine größere Renovierung. Und in dieses Muster wollten wir uns gerne einschließen, um halt keinen Renovierungsstau zu hinterlassen. Und es gab unzählige Vor-Ort-Termine mit Architekten, mit dem Bistum. Das wurde alles von Ehrenamtlichen hier mitgeleistet. Die Wünsche der Gemeinde wurden zusammengetragen. Wir haben immer versucht, dass immer die Wünsche der Gemeinde im Vordergrund standen. Sei es von der Denkmalpflege oder sei es auch vom Bistum gewesen. Und das war auch ein Riesenpunkt. Der Charme dieser Marienkirche blieb natürlich erhalten, aber ein paar Neuerungen mussten trotzdem her. Eine moderne Lautsprecheranlage, eine neue Heizung, eine schöne Beleuchtung und ein barrierefreier Zugang. Aber auch ganz praktische Dinge, erklärt Pfarrer Vogler. Die Orgel erstrahlt wieder in einem neuen Glanz. Es ist aufgearbeitet worden auf der Empore. Die Bänke sind eingekürzt worden, damit man besser auch mit Rollatoren dann den Weg von der Kommunalstahl wieder zurückfindet. Also das sind alles so verschiedene Elemente, die jetzt berücksichtigt worden sind. Nicht nur zeitlich, auch finanziell war diese Kirchenrenovierung ein Kraftakt, den aber viele gemeinsam gestemmt haben. In den vergangenen Jahren hat eben der Verwaltungsrat geschaut, dass der Kapitalgrundstock aufgebaut wird, der dann letztendlich hierfür verwendet worden ist. Es sind stolze 600.000 Euro. Das Bistum Fulda hat 900.000 Euro dazugegeben und die Landesdenkmalpflege circa 300.000, sodass dann die 1,8 Millionen Euro zusammengekommen sind. Vieles ist neu oder neu entdeckt worden. Die ehemalige Sakristei zum Beispiel, die als Abstellraum fungierte, ist nun eine wunderschöne und modern gestaltete Taufkapelle. Dort können auch kleine Andachten stattfinden. Eine mobile Bestuhlung soll mehr Möglichkeiten im Kirchraum schaffen, nicht nur Gottesdienste zu feiern, sondern die Kirche als Treffpunkt zu begreifen. An vielen Stellschrauben wurde gedreht und das hat Zeit gekostet. Aber, dass es sich gelohnt hat, steht auch für Eberhard Lauer außer Frage. Ja gut, am Anfang kann es natürlich nicht schnell genug gehen. Man kann es kaum erwarten, aber im Nachhinein, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir eigentlich schon früher wieder zur Kirche wollten, aber was sind im Nachhinein drei, vier Monate auf so eine lange Zeit bezogen, wenn man hier reinkommt und ist wirklich zufrieden mit allem, so wie es gelaufen ist. Die Einweihung hätte nämlich nicht passender sein können. Die Rostdorfer Kirche ist auch Johannes dem Täufer geweiht und so war es nur logisch, den Johannistag als den Festtag zu wählen. Ein wunderschöner Tag, an den sich Pfarrer Vogler sehr gerne erinnert. Die Kirche war proppenvoll. Es war ein großer festlicher Einzug mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine. Die Bonifatius-Musikanten haben einen festlichen Einzugsmarsch gespielt und es war schon ein erhabenes Gefühl für alle Beteiligten, in eine wirklich volle Kirche einzuziehen mit festlicher Musik und die Resonanz war tatsächlich groß. Der Generalvikar hat den Gottesdienst gehalten und auch die Predigt dementsprechend gestaltet. Anschließend wurde vor der Kirche gefeuert mit allen, die beteiligt waren. Es war ein warmer Sommerabend, der bestimmt auch im übertragenen Sinne die Seelen und Herzen der Rostdorfer gewärmt hat.